Wir sehen so aus, dass wir jetzt mal zum Wal beobachten gehen. Ja, wir wurden schon komplett ausstaffiert, damit es auf dem Schiff dann auch trocken bleibt innen drin. Wir werden sehen, wie sich das Ganze machen lässt, aber es verspricht jetzt schon eine ziemlich coole Sache zu werden. So, was erwarten Sie sich denn von der Wahltour? Also ich erwarte mir, dass ich hier interessant über alle Seen im Wasser und mal schauen, wie noch wir rankommen. Also, wir werden euch zeigen, wie viele Seale und was da, und wie viele Seale sehen. Wir werden sehen, wie viele Seale sehen, und wie viele Seale sehen. Und wir werden euch hier bei Wiccan Innes Bay, da. Wir hatten sechs Whales in da gestern, und es war ein sehr guter Show. Ich hoffe für die Besten hier wieder. Dich, das war's für heute. So, das war also unsere Wahlbeobachtungstour. Jetzt sind wir schon wieder im Hafen, deswegen kann auch ein bisschen besser gefilmt werden. Draußen wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, dass wir so richtiges Wellenreiten. Hat aber richtig Spaß gemacht. Kann ich also nur empfehlen für jeden, der hier mal in Torfino sein sollte. So eine Wahltour ist eine großartige Sache.